Hi, ich bin Jonas und arbeite seit 2021 als Projektleiter bei SoloPlan in Kempten. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil in dem Bereich ein angenehmes Gleichgewicht zwischen gefordertem Fachwissen und Kontakt mit dem Kunden, also dem zwischenmenschlichen Aspekt, gegeben ist. Zu meinen Aufgaben gehören die Koordination und Abstimmung von Projekten, damit der Kunde die Software erfolgreich einsetzen kann. Des Weiteren bin ich immer wieder bei Kunden vor Ort, um Anforderungen festzuhalten und die Arbeitsprozesse beim Kunden zu analysieren. Dabei wird ermittelt, welche Features der Software für den Kunden relevant sind, damit Arbeitsschritte vereinfacht werden können. Das Spannende an dem Beruf ist, dass es so viele verschiedene Facetten gibt. An manchen Tagen sitzt man konzentriert am PC und arbeitet beispielsweise im Pflichtenheft aus. An anderen Tagen wiederum hat man sehr viel Kundenkontakt oder ist unterwegs beim Kunden vor Ort in Workshops. Die Arbeit bei SoloPlan macht mir besonders Spaß, da es ein junges und innovatives Unternehmen im schönen Allgäu ist. Gerade die Größe macht das Unternehmen so attraktiv, da es ein international agierendes Unternehmen ist, aber dennoch sehr familiär. Du möchtest auch Teil von SoloPlan werden und spannende Einblicke in die Welt der IT und Logistik erhalten? Dann schau auf unsere Website und bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich!